Miss Joyce, wir haben ein Geschenk für Sie. Oh! Und, gefällt es Ihnen? Es ist mein Design und ich hab's verziert, also... Oh, süß! Aber wisst ihr, da ich erwachsen bin, hab ich mit süß nicht mehr viel am Hut. Aber dafür finde ich es toll, ganz im Gegensatz zu eurer Tante, wenn eine Frau mit einem Mann ihres Alters ausgeht. Na, die ist ja drauf. Jetzt hören Sie mal zu, Miss Joyce. Das hier ist May-Berts-Party und wenn Ihnen die Show nicht passt, Schätzchen, dann machen Sie die Tür von außen zu. Halt, halt, halt. Niemand macht hier Türen zu. Wir sollten darüber reden. Pure Energieverschwendung, Coco. Joyce hört nur das, was Joyce hören will. Lass mich nur machen. Hören Sie, Joyce, wenn wir unsere Streitpunkte nur für den heutigen Tag beiseite lassen, dann könnten wir alle May-Bells Abend feiern. Oh, ich verstehe. Sie sagen also, dass Sie mich in mein Hotel zurückfahren, damit ich die Tatsache betrauern kann, dass mein Sohn sein Leben morgen ruinieren wird. Danke. Ich warte vor der Tür auf Sie. Wow. Du hast mich ja gewarnt. Joyce hört nur das, was sie hören will. Ich frage mich.